so leute weiter geht es hier ich habe gesagt wartet wir schauen mal alle in hg1 rein aber erst mal wenn alle da sind und alle hier also ich bin nie nicht hg1 hg2 hg1 ist die map vor kacke jetzt stehen alle spieler hier so das büde pferd auch hg7 also hier schauen wir gleich alle rein wer das kennt nylot sicher nein kenne ich nicht so hier fritzi nicht alles so ineinander stehen so und dann joint mal meine kleinen lieben hg7 ja ja hg7 aber ich werde hier von der spinne umgebracht haben wir die monster noch aktiv ja wir kommen nicht mehr rein los geht's da haben wir nicht mehr bei mir alle gespielt das ist eigentlich Geld von Plugin das nicht mehr keine Spawnkitschmann das ist so alter jetzt muss ich ja schon abhauen dann zeig ich halt mal meinen keine schnittreue und hier den Rest des Verbrauchers alter also schrift ihr einheimlich dran muss man ausschalten kann man jemand die monster ausmachen da läuft ein creeper knallhart rum es geht grad im game nicht alter nur ihr werdet das überleben schüren mal auf dein leben ähm alter auch nicht zu töten also wer von denen die wo draußen sind Spawnkitscherscheiße ich muss jetzt erst mal auf mein Leben rennen renn um dein Leben jahren helft mir mal ein das tollwütiger aber wie sie ist mehr ich könnte den Rundgang ich kann auch essen und man sagt mal ganz kurz Herzlich Willkommen zu Minecraft Hunger Games Du dreckst auch Alter Ich hab's auch ey Schwerf die mit dir vielleicht spawn-kills machen ey Ach wo? Nein Schwerf die Also mit Schwerf die spiel ich nicht wieder Mann, Mann, Mann Hier auf dem Moddingcraft So Vor allem bin ich bei mir noch in Glam, das ist cool Moddingcraft BVB-Server Ja ich hab Lina sagt es Wenn du schon ein Video davon machst ohne uns zu fragen ob du das darfst Echt mal wenn dann Ist schlecht Das schreib ich noch rein Keine Videos, so, fertig Ne Videos kann man ruhig machen mit der Verlinkung zu uns Ja das hätte ich sowieso gemacht Das mach ich in der nächsten Runde ein Video mal Dann würd ich sagen gehen wir jetzt mal zu Spleave über Wir spielen ja noch AG Hey Nein kann man machen Aber schon mal die die draußen sind können zu Spleave Und die wenigstens schon mal hier sind Ähm Ist das mit der Rolle? Ja das mit der Rolle Ähm Die Farina eins Dann wartet mal Aber da können immer auch Spieler rein Also alle können eh nicht ganz mitspielen dann Also jetzt leben noch Lila Lion, Lafreak, Yarg und ich Irgendwie gibt's hier in keiner Kiste irgendwie Schwerter oder so Ich find nicht meine Kiste Doch gut aber ich glaub die sind noch zu gering Hier sind nur Bogen Ähm Wie viel mal Grütz weg Ja das ist jetzt runtergegangen Ein bisschen curse in die Schwerter aber ich glaub da sollte ich noch ein Stück curse stellen Ich find nur Bogen und Äpfel Die mehr sind ja nicht Ja, 5 von 8. Warte mal, es sind 6. 2, 6. Also 2 müssen noch sterben. Ein von euch kann auch Sternen, die mitspielen wollen. Oder HG Lief eingeben. Ne, das wäre feige. Dann schon drücken lassen. So, aber ich schoche jetzt schon mal, Flief. Da habe ich jemanden gesehen. Ihr könnt ja durchschauen, wir müssen eh erst auf einen Button gucken, damit es viel losgeht. Warum machst du jetzt auch deine Cam aus? Hm, Schwäfte war schon nie ausgestellt. Was ist denn das hier jetzt für ein Spiel, wo wir jetzt die Wolle haben? Flief, da musst du auf den Boden kloppen, die Wolle wegkloppen. Lass uns mal eine goldene Mitte treffen, okay? Ja. Da hinten ist jemand, den hole ich mir. Alle zu Flief und dann hier join die noch ein können. Alter. Das war genau hinter mir, die Explosion. Ach ja, das sind ja Blitze, damit man weiß, wo einer ist. Und was ist hier bei Flief? Jemanden, äh, runterzuschutzen. Ach so. Du machst unter dem die Wolle mit der Schere weg und dann... Hallo, Möhl. Ja, ja, okay, doch, das kenne ich. Da muss man mit dem anderen, muss man da mit Eiern machen. So. Nein, nicht Eier, aber lassen wir es. So, äh, jetzt klick ich einfach auf den Block drauf. Flief. Flief, bist du auch drin oder nicht? Äh, lass mich in Ruhe. Warte doch mal kurz. Nee, ich warte nicht, du wirst mich töten. Ich hab nichts zum töten, das ist es ja. Jetzt klickt ja einfach auf den Eisenblock, hier sind vier Stück verteilt, wir müssen nicht alle hier stehen und dann geht das Spiel in den Schloss. Okay. Ich hab auch nichts zu töten. Ich hab auch was zum Essen nämlich. Aber irgendwer hat mich vorhin angeschossen. Ja, das war ich, dass du wartest, kurz. Ach so. Nein! Nein, genau, ja, das ist eine Runde. Oh, Alter. Ich hab ihn selber getötet. Du bist nur jetzt gestorben. Ich bin runtergeflogen. Ach so, super. Ich hab ihn selber getötet. Hier ist eine Kiste. Woher war sie jetzt? Oh, mein... Nein, jetzt bin ich auch runtergejumpt. Ach, ich hab die Runde, oder was? Ja, du hast jetzt gewonnen, weil du bist da drüben. Ähm, wie wär's mal mit runter, Heidens Sieg? Nee, wir gehen jetzt nach. Äh, Mob Arena haben wir schon, ja, also sind wir jetzt bei Heidens Sieg angelangt. So, hier können elf Spieler rauf, so. Also, wir könnten jetzt mal von HG hier rein. Wenn sie wollen. Ja, jetzt ist es sowieso Lila, Lion und Jagd noch. Was wollt ihr jetzt spielen? Heidens Sieg. Schrocken. Und worum geht denn hier jetzt spielen? So, ich bin drinnen, in der Arena Lobby 1. Als Crafter hat er mir ein Schnauzbad. Und darum geht's. Und da bei der Runde, die hier spielst. Erst join, wenn alle hier sind. Ach so. Nee, die waren ja nicht zu. So, wo seid ihr denn jetzt alle? Sind wir hier? Eins, zwei, drei. Vier, wah, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, dann kommt mal alle hier zu Heidens Sieg. Und dann können wir mal joinen. Um was geht's mit dem Spiel? So, dann müssen wir jetzt schnell alle joinen. Wir haben nämlich nur 47 Sekunden jetzt. Um was geht's denn hier? Ja, geil. Verstecken und suchen. Nein, Lord, weißt du noch, du bist doch immer der Sieg. Diesmal nicht. Hoffma's mal. Ach so, was sind wir verstecken? Äh, wieso habt ihr alle, habt ihr Bücher? Wie sagst du ein Buch? Wer, ich? Das hast du auch. Nee, ich hab kein Buch. Lockshooser heißt das. Mach halt mal slash, äh, infzie. Ich hab kein Buch. Ich auch nicht. Ich hab auch kein Buch. Ja, dann werdet ihr wahrscheinlich nämlich Dings. Dings. Oder, leider. Weiter, ich bin Zyker. Wahrscheinlich, der Mann. Ja, ich bin Verstecker. Boah, wisst ihr das alles schon? Weil die, die das Buch haben, sich verstecken müssen. Die, die die kein Buch haben, müssen die anders suchen. Uh. Ach, ich hab kein Buch. Hier. Oh, die, die kein Buch haben. Oh, kein 3. 1. Los. Ich bin im Block. Ach, du Kacke. Ey, ich bin auch im Block. Ähm. Nein, ich zeig dir ruhig. Ich bin OP, ey. Ich bin OP. Richtig OP. Warum bin ich hier oben eingesperrt? Es ist so Schnee, ey. Weil du Sucher bist. Oh, nee. Und weißt du, wenn man jemanden gefunden hat? So, jetzt bin ich ein Soldat. Aufschlagen. Alter. Wer ist der Schneeblock? Oh, hier bin ich perfekt. Oha. Drafty, der Sieker. Geht das? Wie geht denn das? Hä? Ich hab mich direkt getötet. Achso. Ja. Ich müsste dringend mit Kacken. Wenn du hinfängst. Ja, mal so. Ich seh dich. Drafty, ich seh dich. Alter, ich hab's hochgeschafft. Ja. Hallo, Fritz. Ach, ach, ach. Drafty, ich seh dich. Drafty, ich seh dich auch. Drafty, du bist weg. Drafty, ich seh dich. Drafty, ich bin richtig OP, Mann. Hallo, Schrefty. Guck mal, über dir. Hallo. Hallo. Ich seh dich. Kann ich verstehen, tue ich das Spiel nicht. Hallo, Juni. Ja, ich bin richtig. Mach, ihr seid Blöcke. Ihr müsst euch verstecken und denn sowas wie Schrefty muss euch suchen. Sowas wie Schrefty. Ja, aber es ist sehr nett. Schrefty, was klopft? Oder eigentlich mit dem Dia Schrefty die ganze Zeit rum? Schrefty, nachher, wenn du Gott bist, dann zeig ich dir mal, wie du hier hochkommst. Ich muss die Leute ja töten. Wie kommt man da hoch im Winter? Soll ich's dir zeigen? Aber jetzt nicht töten, dann zeig ich's euch kurz. Damit ihr auch ne Chance habt. NICHT zeigen. Niemandem zeigen, Rango. Das müssen sie selbst herausfinden, das ist... Das ist einfach mal. Oh, da unten läuft ein Bacon. Schrefty, komm... Ne, ne, geht's... Alter... Rango ist weg. Oh, 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 oh. Da kommen welche. Äh, Tjorks21, wo bist du? Ja, das frage ich mir auch. Also, ich wurde bis jetzt noch nicht gefunden. Ich bin ein Schneeblock, ich bin ganz okay. Ich, ich wurde auch noch nicht gefunden. Ich auch noch nicht. Was, bist du auch ein Schneeblock? Ich bin, äh, ein Holzblock. Nylod wird man dann irgendwie debät, wenn man irgendwie dann bei Hunger Games noch ne Zeit... Ja, Schneeblock natürlich. Fritz ist bei mir, Fritz ist bei mir. Ja, ja, ich bin ganz cool, okay. Schrefty, komm mal kurz her. Mann, ey, ihr seid echt so... Ich seh Rango. Ich seh Fritz. So, ich bin jetzt da, wo wir gespawnen ziehen am Anfang. Ich muss mich grad erst mal schnell versteckt sein. Ja, da auch, hab ich mir gedacht, da hinkommt. Oha, oha, oha. Dann musst du von da hoch. Seid ihr blind oder was? Ja, denke ich hoch. Warte mal, da hinten hat mich Logo gesehen. Ich seh Rango. Ich seh Rango. Ich seh Rango. Warte, ihr seid da oben. Wie weit bin ich denn von dir weg? Ach Mist, ich lasse die 1.7. Ey, Tim, da bin ich. Geh mal du weg. Wie weit ist der Schritt von dir weg? Rango ist, na. Alter, da hat mich jemand geschlagen. Warte, ich weiß nicht. Ne, das ist ja... Ja, da oben ist jemand. Äh, Tjag, kommst du zurück zum... Na super. Ja, oh mein, glaub ich. Na super. Ey, seid ihr echt alle so blind oder was? Ich werd dir mal sagen... Alter, da oben, ich hab's doch gewusst. Du kannst ja mal versuchen, ähm, unter allen Schneedingern da was finden. Ja, nur seine. Ich bin zum Beispiel ein Holzblock. Ich bin ein Zaun. Ich bin ein Holzblock. Ja, war's für ein Rohholz oder Bretter? Ne, Rohholz. Ich bin ein Zaun. Du bist einfach nur ein Holzblock oder wie? Leila, bist du gestorben. Ja, ja, ja. Leila, ich weiß nicht mehr rum. Ich glaub, ich darf dir eigentlich nicht so sein Reimdienstag. Ja, Mann. Was denn? Ich sag jetzt, mach für ein Holzblock oder sonst irgendwas anderes. Phil, was warst du für ein Block? Ich bin ein Holzblock, egal was für ein Holz. Äh, es gibt richtige Uns-Dings, ja, genau. Boah, ich hab drei Leute gesehen. Gibt mal jemand einen Tipp? Wieso, ja, ich bin ja jetzt mit der Reimdienstag. Tipps sind uns, ja. Tipps sind uns, ja. Aber man erkennt euch eigentlich mal, ob die Textur nicht ganz reich ist wie der Originalblock. Scheiße. Äh, hört mich das Ding. Du bist ein Zaun, gell? Ja. Ja gut, da weiß ich gut. Ein Zaun. Ja. Könnt ihr euch auch überall hinbauen? Nö. 30 Sekunden, komm schon, die muss ich überleben. Da ist nichts, Nylord, hab ich schon geguckt. Dann hier drinnen. Es gibt doch noch den Turm, oder ist in the house? In the house. Für die Leute, die natürlich die Mip 1W nicht kennen, die haben natürlich Vorteile auch. Wow, und jetzt? Das ist ja sehr toll. Aber ich merke mir nicht, wo alles ist. Das ist das Erste. Aber das Bild kommt einige später als der Ton. Weil das ist so eine Standard-Map. Yay. Gewonnen! Ja, er hat gewonnen. Und, wo warst du denn? Ich war der Zaun auf dem Kürbis. Ich war der Zaun auf dem Kürbis. Ich war der Zaun auf dem Kürbis. Ne. Was heißt das? Das ist voll das lustige Spiel. Trouble in Terrorist. Genau. So, dann schauen wir mal join. Ja, und wie geht das hier? Trouble in Mindville. Kennst du das nicht? Ne. Das ist genau dasselbe. Ich kann da vorne für die ganze Spiel nur einen einzigen. B und B und B. G, 2. Ach, da muss man Kisten finden. In 80 Sekunden geht es los, also alle noch joinen. dass er einfach nur Kisten finden oder was? Nein, das ist hier nicht mit Kisten. Nee, nee, das ist hier nicht mit dem. Was ist es dann? Das ist einfach nur Trouble in Dingens. Und was ist Trouble in Dingens? Trouble in Mein Will. Nur halt ohne Kisten finden. Und was ist Trouble in Mein Will? Du lässt mich ja nicht erklären. Ja, dann haltst du mir alle die Klappe. Es gibt hier Detektors, Innocents und Terroristen in dem Sinne. Die Detektors, also die Terroristen müssen versuchen, die Innocents auszuschalten, ohne dass jemand das mitkriegt. Und Detektors, die sind halt dafür da. Die müssen halt herausfinden eigentlich, wer diese Terroristen sind. und müssen Bescheid geben, damit die Innocents und so weiter die ausschalten können. Das musst du drücken, wenn du Innocent. Das Ziel ist, für die Terroristen uns auszuschalten. Ja, woher weiß ich, ob ich... Das steht dann im Chat, wer dir hier. Aha. Das steht dann im Chat, wer du da bist. Traumhaft. Sag, ich bin... Das darfst du nicht sagen. Okay, ich weiß, was ich bin. Wo steht das schon? Alle zum Tester, bitte. Der Tester ist nur Deko, ne? Der Tester geht nicht. Oh, das ist ja langweilig. Hallo, wo steht denn das, was man ist? Das geht leider nicht mit dem Tester. Also der Tester ist das Bild vom... Kommt fast zurecht, minutisch nach eurem Ton. Und das war die Bosse in das Hand. Alter, das bängt jemand mit Fire. You are now dead, ey. Das ist die Gun. Ey. Alter, Rango. ja ich wusste mal einen Job machen Innocent, aha und ich war Detective Achso, ne ne ne, hauf hauf halt lewe ich noch oder? Du, da siehst du doch recht wer noch lebt und wer noch Nein, ich bin tot ich war Detective und bin tot Ich glaub wir drei Jahren zusammen ist das Thema Ich bin jetzt tot Halt, halt mal Nein, halt, ähm Jetzt müssen wir also auch das Item Halt, wem lebe ich jetzt hier noch oder was ist los? Ne, wir sind tot Hey, nicht einfach jeden umbringen, du Glückmann Ähm Wieso er? Ist es eigentlich der Sinn? Ist es sein Job? Was ist sein Job? Ja genau, dem was man nicht umbringen kann, den kann man nicht schlagen Es ist gut Like Innocent 1 Ja Ich versteh das nicht, ich will Banebo spielen Ja das ist komisch So Das ist ein bisschen Jetzt können wir halt noch Ja Minigames hatten wir jetzt schon, ja Was ist das? Painball Painball Fahr direkt aufs Dach hoch, ne? Aha Nailad ist 3 kmh zu schnell gefahren Die Strafe hierfür beläuft sich auf 31 Euro Nailad Sorry, ich denk da nicht drauf, wo ist denn jetzt hier schon wieder ne Müt? Bei mir steht 670 Euro Blea, fahr mal aufs Deck daaa Jaaa Wenn ich jetzt wüsste wie die Einstellung von der Huntense war Null Das heißt nicht aussteigen, sondern wegfahren Oh Mann ey Oh Mann ey Hör zu 30, ich mach der erst auf, kann man nicht vorspulen oder so? Ne I don't know Das ist ne Ne realistische Mäh Ein weniger Ne Ja, kannst du bitte wegfahren, danke Der kann wohl nix Ich fahr doch schon Ah Der kann nix und darf nur noch behaufen Ich muss da nach links Achso, du musst nach links, dann fahre ich nach rechts Jetzt komm doch, ich hab mit mir grad Campte getauscht Ne, ich brauch grad Campte, nicht Cam on Mom bei mir Oh Raus Ja, du da auch Raus Ja Ich bin grad am kochen, essen, nebenbei herumlaufen Möd kann, Möd ist halt ein Multitasking-Pack Genau Naja Und ich hab grad ne Decke übern Rücken Ja und? Mich ausseh Wie ne Leiche Ja und Wieso das ist ne Leiche man Ja ey Oh, das fällt denn gleich jetzt an uns, jetzt brauchen wir nur noch den Flug Ja, ich steh schon am Schauen, was das so aufmacht So, jetzt gucken wieder 13 Leute zu, ne? Ich will den U-Fan 11 schon zu Ähm, da kann jemand b-draschen, da fällt 16 oder wo das ist 15 Erstmal b-draschen und dann können wir auf Übungen erst Boah, jetzt erstmal brauche ich'n Auto Erstmal brauche ich'n Auto Erstmal brauche ich'n Auto Ja stimmt, 16 ist grad 1-TRAF geworden 15 und 16 können den Kilometer stehen Ja, ich bin aufm Weg, ich brauche nen Abfahrer Wer ist denn da mit nem 10 Maschinen, oder was ist denn das was? Ich Ja, das brauchen wir ja da jetzt Ja, ich weiß aber gleich da hinten bei Feld Ne, erst muss getrashed werden Erst muss alles geerntet werden Dann werden wir die 2 Felder verbinden und dann den einen durch Ja, ich weiß Und beim Pressen? Und beim Pressen auch, ja Und wegfahren? Auch Und abfahren? Auch 2 Stunden nur noch, Schwerfti Was? Nur nur 2 Stunden, dann hat der Shop offen Sorry Ja, in der Zwischenzeit kann einer mit dem Medrashar-Gurken Einer Anhänger Ja, ich Balkenpresse Alles auf Feld 15 Ich komm einen Anhänger holen Weiß nicht, Feld 16 wäre erstmal schlauer, damit wir das dann gleich durchreißen können Auf alle Fälle das kann Ja, nicht 15 erst Was gehört mit? Ich bin auf Feld 15 reichen Ne, warum 15? 16 16 ist doch schlauer, weil wir wollen doch da verbinden Hä? Müll bitte, tu mal den Stream ausmachen, weil es stockt Die sonst dicke Sachen, die du am Laufen hast Ich hab sonst nix am Laufen Ich hab auch total einen hohen Ping, das ist total hart gerade irgendwie mit dem Server Wart mal Mal grad gucken, wo bin ich Hallo 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 So Soll ich gleich den großen Anhänger nehmen oder zwei kleine? Nur den großen, oder? Eben nicht schon, genau Und den großen und den kleinen, den besten brauchen Ähm, kann man bei euch noch? Was kann man? Kann man bei euch noch mitbauen? Mitbauen? Momentan sind wir genügend Leute noch Und ja Okay, schade, weil ich im Moment hocke nämlich Alice und so Und im Moment bin ich bei keinem Lohnunternehmen und so Ja, wir haben auch keins Ja, aber einfach so das Verfahrenmäßig mit Bots und so zu zocken, weißt du Weißt du Junge, weißt du? Das wär ja wenn dann eh nur für heute Ach, wir machen den Tag für heute, äh, Lattenschein Simulator Livestream, ja Rockendum wird ja fast jeden Tag Aber halt, meistens in einer kleinen Gruppe Aber privat für Let's Play Ja, wir machen Let's Play's Aber jetzt könntest du, dafür brauchst du halt ein 800 Megabyte Modback Ja, aber jetzt sind wir schon genügend auf dem Server Ja, bestimmt auch Kannst ja mal richtig sehen Äh, ja, oder mach ich schon die ganze Zeit Achso, okay Ich bin gleich voll Ich bin auch gleich da So, irgendwie, das ist völlig komisch Was? Das nennt man, das nennt man perfektes Timing Vielen Dank, Joseph Phil User disconnected from your channel Das hab ich gemerkt Weil das denn überhaupt, also Äh, ich finde, boh, ich den verdammten Server nicht 10 Sekunden, äh, 10 Minuten noch Äh, wer ist für... Wer ist noch frei von uns? So, ich bin auch wieder... Ich, aber ich... Ich bin ja am Job, um das Ding denn noch zu... Ja, dann darfst du viel, ähm... Wo? Ballen abfahren Ja... Äh... Ich hab aber keinen Schlepper Den doch genügend Ja, zwei Tor jetzt stehen wir da Ja, ich hab auch nur einen früher Äh... ja Ähm... In der Hülle, Hütte So, wo ist Möte zur Möte dreschen? 15 Möte, jetzt haben wir da schon 10 mal gesagt, 16 Ich hab doch früher am Anfang gesagt, wie du gesagt hast, das ist jetzt zu abdreschen, hab ich gesagt, okay, ich fahr zu 15 dreischen, hab die gesagt, okay Ja, dann haben wir da... Und dann haben wir da dreimal AW, 16 Wo sollen die Ballen geladen werden? 15 Danach 16, nein Bis man bei 16 anfängt, dann mal Du hast n Ball und... Äh, du hast n Ball unter deinem... Unter deiner Maschine hängen Bei der hängt er gut, ne? 1 runter Hast gar nicht gesehen, ne? Da waren da... Hab ich den jetzt mitgenommen, oder hab ich die schon die ganze Zeit dabei? Ja, aber die hast du schon die ganze Zeit dabei Da hat ja dann einer reingedarkt Wir hatten zuletzt Bein gepresst Ich, nicht Naja, das mit irgendwelchen Leute drauflassen, das kann man vergessen, ey Leuch, falsches Passwort, ja Ja Ja, die krieg ich jetzt bei dir Wie heißt das Krieg? Wie bitte? Oh ne, die Ball, ne? Wieso, halt hat da jemand wieder mit Scheiße gebaut, oder was? Ja, ja Naja, da gibts so einige von, aber... Naja Jetzt ist er weg, der Ball Das ist so, wenn man sich nicht benehmen kann, dann passiert sowas Wieder da Achso Ja, das schon Löff die vorne oder die Maschine hier Was brauchst du? Ich hab auch nicht Du wolltest die Dings kaufen Bist du aus der Steppe draußen? Jetzt schon Ich hab euch jetzt gefunden Wie geht für mein Tod? Oh nein Gehen wir mit dem Schlüter um und warte Seid ihr noch genug? Ja Jetzt ja Ey, ihr seid zu sechster gerade drauf, deswegen Ja genau, ausreichend Jetzt hat jeder was zu tun Ja, wenn ich gleich fertig bin, kannst du nicht für mich mal ne Runde, das ist nicht schlimm Ja, ja, du bist leider zu faul, das Du lieber alles machen Boah, Flug ist aber teuer Rätsel Klo, wenn du eh nix zu tun hast, kannst du für mich mal meine Küche gucken und schauen, ob der Durst schon fertig ist Ne, ey, wer fährt denn die Meilenpresse? blödsinn ich bin ja auch hier ab hier johann er schreit ja so aber nicht schon so ein Ding irgendwo hier gibt's kein Matthias was ist na lot und sie haben wir nicht so ein Ding schon irgendwo ne nicht ja jetzt hast du mal aber wir waren da fünf Spaten ey wir waren das keine Ahnung was er hat so ein hallo du du was gehen jetzt ab ja bis jetzt bald ah dankeschön das find ich sehr nett von euch naja das war ja jetzt grad ganz schön hart ne ja ja vor allem dass er da einfach so rumrollt ey ja man ja ja das sind die die abends ein bisschen mehr getankt haben ja ja manchmal das falsche macht ner Milchtruck hier wo fährt denn der lang der der fährt zu der achso aber hier auf dem Schorderwerk da ja ich seh das grade ah ich muss du bist leer ne ja gut wohin fährt der bitte ah die Tank die Milchmoikerei ist wahrscheinlich da oben ja ich muss jetzt immer schnell ganz kurz aufstehen und in die Küche laufen und schauen kriegen wir durch unsere die Küche eigentlich auch irgendwie Geld und mein Durst fertig ist ja klar ja klar wo kann ich eigentlich und das ist doch voll automatisch oder wie oder ja voll voll automatisch also nur füttern und das wars ja 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 wo muss ich das Weizen jetzt hinbringen also wo wollt ihr das hin haben verkaufen die halt aber erst wenn der Anhänger voll ist damit du keine Leerfahrt hast mit dem Mikro aus sorry ach das Dominic wo siehst du mich hä bin hier grad an dir vorbei geraucht ja ich hab's grad gesehen du hast sogar nen Flug dabei ja bin auch grad mit Highspeed unterwegs ja musst du aufpassen 30erzone ich schaffe es schon wieder geblitzt zu werden mei da war ich immer der Beste mit der Mülltonne ja aber einmal war nur kmh zu schnell gefahren das war auch geil so so ich probier mal die Passwörter aus wieso weißt du das nicht? ne weil wir momentan in New York Leute sind deswegen weiß das wahrscheinlich nicht hm ja kann aber für mich da einspringen weil so jeder so ich stehe jetzt hier zwischen Feld 16 und 17 so ich stehe jetzt hier zwischen Feld 16 und 17 so ich stehe jetzt hier zwischen Feld 16 und 17 bestimmt leckig so einspring soll ich verbinden schon oder ich muss erst hier mal ne Line trashen ja kann sich noch mal verbinden aber ordentlich so grade wie möglich ja ja gerade wie möglich an der Ecke erstmal muss ich schauen wie das ist wenn ich es aufklappe und sowas muss ich ja jetzt erstmal schauen warte mal kurz ich muss ja glaube ich in den Einstellungen erst einstellen dass du es darfst ja ich bin auf Feld 16 und fahr grad schon die dritte Reihe also hier kann schon gepresst werden aufklappen drehen spiegel aktiv Felder erstellen zulassen oh ja auf Felder begrenzen hä Felder ähm auf Felder zulässt ich bin grad bei der ehemaligen gb äh erstmal i aus hier gba gba nein wie läuft das denn jetzt ab Felder begrenzen nein ich hab kurz mal das Passwort geändert weil es hat meinen Stream gesehen ja dankt hab ich nicht aufgepasst ja ich hab dich geändert danach klingt dein Schlitter braucht Öl ne ja da braucht doch Extremöl ne ja ne kurze Pause ok ich hab den Flug gesenkt hab ihn aufgeklappt ich muss den noch machen bitte ja senken da ist er ja der und den oben oben so warte ich bin hier gleich oben dann das Ding mal kurz vielleicht kann das nur ein Atmen in den sind ah jetzt so ne jetzt so ne hä schon wieder nicht beim drehen hat er ein Stückchen gemacht dann kann das nur ein Atmen in der Stirn da hast du recht ja neus wir spielen auch schon länger Alice ja wo haben wir denn Öl alle Livestream wo steht unser Öl wo steht unser Öl am Hof am Hof geht das ne Leute oder ne 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 wer fährt denn den zweiten Dolz ich ging ganz kurz also als ich das gedreht habe gegen das wenn ich drehe dann macht er halt ganz kurz warte ich bin grad am drehen wenn er sich wieder zurückgedreht hat dabei macht er das ganz kurz warte zack was ist denn eigentlich mit dem Alkosin Auto Stack da kannst du wenigstens die Ballen längsseitig aufladen und da passen meiner Meinung nach mehr drauf oder nicht ja aber nicht das ist nicht für den Mod das ist für die Standard Ballen das ist für die Standard Ballen wenn wir die Big Ballen weil hier mit dem Ding ey dann passiert nichts ich bin voll jetzt hast du wieder ein Stückchen gemacht ja vor allem mit dem Schlepper hier der sitzt ja nicht auf der sitzt ja nicht auf nö die sitzen ja nicht auf das ist komisch jetzt müsstest du rein theoretisch voll mitnehmen hallo die GEMA 1998 nur hierbei passiert was jetzt so man oder was ich hab da ne Taste auf Felder begrenzen Felder stehen zulassen genau ich hätte schon auf Felder stehen zulassen du musst O drücken ja mach ich ja was haben wir denn für ein Problem wird das Öl nicht wenn kein Felder stellen wenn du fährst dann könnt ihr ihm was haben wir ne du mit ihm mal kurz irgendjemand muss da irgendwo das Öl abgestellt haben ich hab's zuletzt äh nichts abgestellt äh der Wassertrug wo wir es immer abstellen hab ich das letzte mal abgestellt wo wir den Mähdrescher geholt haben ja ich hab's da steh ich ja auch hier spring mal raus und gib mal den Dreck da wo es immer ist kann ich zeigen dass das so ne will ich auch mal ausprobieren hier sowas hab ich noch nie gemacht mit dem ganzen Ölzeug äh nein Lord wenn du mir helfen möchtest dann möchtest müsstest du zum Schlüter kommen oh ja ja warte mal der steht bei den Kühen du musst die Gabel nach du musst die Gabel nach oben machen äh nee das mit Drasmin hat damit nichts zu tun wenn ich jetzt mal kurz hier hingehe und kurz B drücke damit der dreht dann stellt er dir jetzt auf ähm du musst die Gabel nach vorne ein Stück höher machen ja noch ein Stück noch ein Stück äh und jetzt ein Stück runter den ganzen Frontlader äh ne runter so oder noch ein Stück oder noch ein Stück äh noch weiter so oder nicht jetzt müsstest du jetzt müsstest du noch ein Stück jetzt müsstest du das eigentlich vorsichtig hinkriegen geh mal noch ein Stück runter wo bleibt mein Abfahrer ich hab grad Ölproblem deswegen kann ich nicht abfahren mhm kann irgendein anderer mit dem Hänger oder so kommen sind alle Trecker besetzt nein da steht einer der Schlüter ich bin grad den darfst du da schön stehen so äh wohin wo muss ich denn jetzt so mein äh ich war sehr schlau gerade falsche Taste gedrückt Gabel abgehangen hallo das ist total komisch ja ja ich hab aus Versehen grad die Gabel abgehangen ich muss kurz wenn um Nylon fällt mich ab äh um nachdem 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 klappt es nicht so wir müssen machen Richtung Kühe Richtung Kühe also hier hinten dankbar ich komme ich komme nicht hinterher nein naja ein ein reich haben wir ja schon geschafft hey 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 das ist echt komisch wenn es nicht geht nein ich wollte vorne mit einspielen wartet mal ich muss mal kurz was testen da geht nicht na wo bist denn jetzt denn wenn weg ist wenn weg ist äh weg äh du musst zum BGA zu Alten jo jo ich kenne mich hier auf den Maps aus Feld 7 über Feld 7 ach ne kacke Feld 7 und muss ich ja jetzt am besten irgendwie ähm du musst ein Stück zurück und da ist so ein Weg da kannst du hoch naja ja genau da dann kommst du da gleich den Berg runter und dann müsstest du mich schon sehen ok ok ich geh grad sehr entlang irgendjemand irgendjemand muss sich da einfach rumpacken fertig machen warum verlässt du den Server wer der player ja so ich bin jetzt hier irgendwo bei Feld 7 wo stehst du genau äh gegenüber user disconnected from your channel ach so also nachher da drüben ok wahrscheinlich sein Vater oder so bestimmt wieder jemand reingekommen ja ja sein Vater ist ja so streng ja ich würd sagen dann lass mal Tjag rauf oder da kann der auch helfen ja schick dir mal das Passwort machst du ja wenn 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 er noch möchte jo danke du darfst dann die Trottelarbeit übernehmen mit dem Feld und mit dem Druck Hallo Nylord hm ich bin schon unterwegs ist dann alles Einer aber etwas was hast du mit der Palette gemacht ey die ist mir fast runtergefallen wie du siehst was muss ich jetzt machen ähm erdrücken Öl wechselnütz ich muss bei dir stehen ja dankeschön während du das Feld anlegst musst du drehen im Flug geht es nicht ja das ist auch in echt so nein in echt ist so absolut was was hast du gesagt dass es in echt auch so ist oder wie naja ich hab selber dann geschafft ja weiß ich das alles warum wir das denn hier äh äh deutschlands da mal der Meister ich wollte äh ich sag mal kurz dass Öl loswerden oh lol wie gesagt falsches Passwort what the fuck äh ey bin gleich da ich hoffe haha hier schläft gleich rein n statue ich habe in der zwischenzeit gleich fertig gegessen das ist doch auch schön oder 126 gepresst heute wird ja dann sagen das kommt ein meister mein schlüter ist dreckig auch bei mir klappt es perfekt siehst du hast du gar keinen fall ich sehe gerade ein nylod ich versuch das fd wieso fährst du mit licht mit dem strom sparen genauso wie in deiner infofolge und das zum live stream irgendjemand das licht angelassen hat ja auch sind kuffällig aber schnell so in kmh 98 gut dann darfst du ballen fahren wenn viele weiterhin rumpacken will also soll ich die jetzt nach hause fahren oder ja am ruf so jetzt darf man mich auch wieder sehen habe zwar meine decke herum aber wird wohl keinen stören bei dir bei dir verkaufen oder ja verkaufe ok das ist nicht mehr als ich mhm und zieht meine mitte auch wir sind gerade alle im bereich von feld 6 äh 16 mhm seh auch gerade oh los fährt die gas so dann versuche ich jetzt die richtige ausfahr zu nehmen dann wird anscheinend will ich kein abwarten ja ne nicht so ganz ja ich komme langsam langsam hm das war gut ja ich kann ja nichts erfüllen kann ja nichts erfüllen wenn der Berg so steil ist doch ja moralistik hm muss ja nicht jeden batzen gleich ab muss ich vor weiter ne hab ich ja nicht ich war ja voll ich war ja voll äh mit weiter bei anderen hängen und stellen wir nichts mal hin ja wenn ich ähm wenn äh das wenn ich nen ölwechsel machen musste und ich nicht fahren konnte mit dem fahrzeug du eben gesagt hast ich darf den schlüter nicht benutzen ja ja genau die folge äh endlich ich krieg ja jetzt diese hässliche gabel hier runter also äh also ich glaube dass man diese ich hab das öl nicht mehr hart man hm hm äh er 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 Euro schrecklich nicht auf den Ballen ich bin mal kurz vorgegangen mit dem Ding die ich will das Ding nicht auf zurück so mal schauen was der Phil da macht ich komm mal zu dir Phil der Phil versucht zu flügen aber da liegen die Wörter bei versucht die Werkstatt können wir uns noch nicht leisten nicht oder aber warum warum versuchst du denn das ganze Feld zu fliegen nein ich hab hier jetzt angefangen dass das ein Stück breiter würden jetzt muss ich es ja auch fertig mal wie sieht das sonst aus wie kacke Wurter auf K man kann auch fliegen wenn du willst ne mir ist es egal das klappt ja nicht richtig das ist das Problem in der Geschichte ich glaube ich kann das Video dann die ganze Nacht drinnen dann beinahe ich abgeladen ich müsste es gleich gekriegt haben was führt das da der flug funktioniert nicht richtig muss die ganze zeit das ding drehen um dass der bisschen was Telefon ja das ist Facebook oder WhatsApp oder E-Mail oder was musst du ihn nicht absinken der ist abgesenkt so wieder doch ja das ist das Problem was der macht Probleme der flug so wenig rumbacken backen backen backe backe Kuchen aber eigentlich die Möglichkeit unsere Fahrzeuge zu waschen nein noch nicht ich habe jetzt aber das eine Feld ein bisschen boah ja lustig geholfen lassen das heißt ja dass ich die eine Seite mal ein bisschen uneben gemacht habe okay aber nur gezwungenermaßen als flug so ich muss einfach den ganzen das ist der flug du musst den blauen kaufen mit den geht's wenn man das testen ja bitte weil der flug ist alter ja dann fahr du mal mit dem Flug in den Shop dann kannst du ja wie du einkaufen neust du nao super erst mal das mal stopp ey ich kann nicht richtig fahren weil... ja deswegen wäre ich ja stehen geblieben ich kann mich auch nicht fahren weil hier überall die scheiß Ballen liegen wo ist denn unser Ballenabfahrer ohne wegs ohne wegs ohne wegs ohne wegs ohne wegs ist er aber das ist auch gut so das ist nicht so nebensächtig ne du musst immer quer ran fahren ja dann hast du eh immer du musst immer quer ran fahren also nicht so normal gerade sondern quer ja ja ich habe gleich beruhigt um ne geht's ohne wegs ja 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 so lange er und wegs ist ich werde aber gleich hier ich werde gleich erstmal meine Chemie wegnehmen weil sonst brauche ich nicht zu spielen ok bei meinem leidung ist das ich sage geht's mal fünf minuten und dann fahre ich also im kreis weil ich nicht schnell hier durchgucken kann wo ich lang fahre ja dann bin ich mit der wegs Wax? Ich bin jetzt gerade ohne Wax. Jetzt habe ich einmal so ein bisschen gesehen, also müsste ich jetzt nicht Tausendnase haben. Oder Wax? Das ist jetzt das neue Wort. Das Wort ist da jetzt. Bist du Norddeutscher? Ja oder? Ich bin eine Friese. Ja sie sag ich ja Norddeutscher. Was dafür ist die Kommi ja da? Also die Community. Ich wohne da wo alle Sommerurlaub machen. Wo denn? Der Nordsee. Ja Nordsee war ich letztes Jahr auch. Was? Nordsee ich war letztes Jahr an der Nordsee. In Cuxhaven waren wir. Achso ne da wohin nicht. Und waren dann auf Helgoland. Irgendwer tut gerade nicht Ballendingsen. Du denkst. Was tut jemand nicht. Ach Schwäfte du hast vergessen den Pickup runter machen. Ja ja. Du sollst den anderen verkaufen den Flug. Ja ja verkauf den. Verkauf den. Wir lauern. Wir brauchen High Speed hier für die Treckerlody. Er ist unterwegs. Er ist unterwegs. Er ist unterwegs. Das bin ich. Ja du bist auch unterwegs. Ohhhh. Ohhhh. Er hat halt ein Brett vom Kopf durch. Wow. Wow in die Fresse. Ja. Wie verkauf ich den jetzt. Ob wenn der da hinten drin steht. Also wo sehe ich dass der da ist. Nicht da bei er. Sondern eins weiter da vorne. Eins vorne ist noch ein Zeichen. Nicht Shopkes. Sondern eins weiter da vorne ist noch ein Zeichen. Genau. So nach Boden zwei Zeilen. Hier rum blinken. Hier ist ein Bankomat Automat. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ihr müsst euch aber auch immer treffen. Fahrzeug direkt verkaufen oder was? Ja. Verkaufen. Ne. Händler aufrufen. Was soll ich jetzt für einen kaufen? Ne blauen. Es geht gleich schief Ed. Sortieren. Das geht schief. Sortieren. Mots nachmachen. Wir stehen grad voreinander und beschleunigen. Ohhhh. Yes. Wäre schneller. Rinktechnik. Ladewagen. Zeder. Schwader. Mehrberg. Güllefässer. Versuchst du denn? Lüge. Welcher denn? Am er Lemken Juwel? Lemken ist der beste. Lemken Juwel schreibt da unten in den Chat. Lemken Juwel ja. Ja. War das anders nicht. Bitte machst keine Schwadablage mehr. Ja stimmt. Wer hat das gesagt im Chat jetzt? Neuz. Neuze. 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 Vielen Dank. Ich hoffe dass das klappt. Er hatte geschrieben. Dafür ist die Community ja da. Ja klar. Aber man kann ja nicht alles wissen. Neuze. Ich hab noch nicht mal so erf... Schon ein bisschen erfahren in L.S. Aber... Der Zoo... Da kann man ja nicht alles wissen. Wo ist denn der Leilat? Ich bin hier. Ja in der Wahlfall. Er war grad essen. Ne nicht essen. Sondern ich muss meine Mutter zum Auto bringen. Hä? Was? Na. Weil vorhin hat's mehrmals schon geknallt und dann ging bei uns auf einmal die Tür auf. Da wollte es lieber dass ich mal mit rauskomme und gucken. Hä? Es hat geknallt und dann ging die Tür auf? Ja unsere Tür ging einfach aus. Ich komm runter und die Tür ist offen. Okay. Es knallt und die Tür war auf ey. Wird jetzt auch wieder abgeschlossen weil so... Weil hier wo ich wohne habe, höre ich auch immer öfters das hier eingebrochen wird mittlerweile. Ja ekelig. Haben letztens erst ne Bude ausgeräumt hier um die Ecke. Also ist bei mir ganz in der Nähe alles. Oh Gott. Leider dient mein Messer in der Hand. 2 Minuten wegen. Ne. So raus. Habt ihr 2 Fäuste. Es reicht schon wenn ich nicht bin. Um einmal zuzuschlagen und abzuhauen. Einmal einen Schlüsselschlag abbauen. Aaaa Mami. Aaaa Mami. Aaaa Mami. Nein. Mami. So soll ich ganz voll... So soll ich ganz voll tanken? Alter der Flug ist zu schwer für meinen Schlepper. Der Schlepper geht vorne hoch. Hm. Hast du kein Gewicht oder? Gewicht steht am Hof. Ich hab kein Gewicht. Ja. So ein fettes Gewicht. Alter. So ein dicke Tunnel. Alter. So ein mit 1.5 ohne steht. Das geht doch Klo. Was hast du? Was bleibt man da draußen man? Ge weg da du. Ich bin ganz drinnen. Ich werde erstmal... Wo ist denn der Durchfall aus? Aber es sind nur die 2 Beine. Ja das ist sehr gut. Funktioniert das jetzt mit deinem Flug? Flug? Nein. Wobei sind wir da? Der ist gerade erst gekauft. An der Wax. Hat der den Lightnings verkauft? Ja den anderen hab ich verkauft. Gut. Er ist an der Wax. Äh das sind 7... Nein. Jetzt hab ich schon Liter Energy Dings getrunken und ich könnt gleich wegbennen. Ich hab noch nicht eingedrunken weil ich bin noch nicht mal müde. Ich hab noch einen Müder von den 2. Ich könnte eine Energie. Ich werd glaube ich auch müder an statt munter davon. Irgendjemand fährt vor mir. Er ist Underwax. Underwax. ob das reicht Underwax Underwax Unterwax Kaffee, ja Kaffee aber da wird ja auch nicht munter Latte macht ja Alter, der Schlepper schaut aus, ey Und und dran Zack, sagte ich doch, wusste ich doch, reicht nicht Was? Muss ich doch auch reiten, ey Ey, hol da Ja, genau Mach das Gerät kaputt Der Hänger ist eh gleich voll Ich brauch mal bitte einen anderen Schlepper hier Am Schöpfeil, der schafft das nicht Warte mal, Nick Warte mal, Schwäfti, ich mach erst mal kurz hier Geil aus, gell, Schwäfti Kann der mit der Dünngmaschine weg? Dichter rausfügen Das nehm ich jetzt als Ja Soll ich nicht kurz mit dem Schlepper vorbeikommen? Ja, ich mach auch den Schlepper, weil ich muss ja dann flügen Ich bin grad auf dem Weg zu dir mit dem Schlepper Bitte mal den Dings wegfahren, denn Ja, ich komme Ja, gut Wir müssen nur denn mal kurz tauschen, Klo, dass ich dein kriege und die, um die Amazon hier wegzukriegen Lade dir von erst den Kercher-Mod runter, wäre auch nice Ja, Schwäfti hat ja sogar mal eine mobilen Dings gemacht, das war aber für LLs 2011, ne? Ja, muss ich für 13 Euro Ein mobilen war's Kercher 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 ist ja jetzt nur mit Frontlader, mit der Palette und ich hab eigentlich mal den anhängen gehalten Das habe ich für LLs11 gemacht Hier kannst du dich einsetzen, stellst du den Jänner ein So, da vorne stehen Ja, das Schneidwerk ist ziemlich dreckig vom Fendt Ja, bitte Mein Schlepper ist auch ziemlich dreckig Ja, der ist auch dreckig, ja Ich bin auch dreckig Dirty skin Ich bin auch dreckig 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 Du weißt schon, es gibt sowas, was nicht mal duschen und so, ne? Wenn du dreckig bist Ich hoffe, dass du das tragen kannst Gibt's bei mir nur alle, ja, zwei Mal Stopp, stopp Du musst ja reichen jetzt voll Ja, jetzt ist ein großes Gewicht Ah, super, jetzt bist du voll Boah, Alter Alter, der ist aber auch schon fast umgekippt, oder? Aber das ist ganz knapp gekistet Kiste Wir haben keinen, keinen stärkeren Schlepper wie den Schlüter Jaja, aber es geht ja um das Gewicht vorne Refti Refti, selbst der Schlüter mit dem schwersten Gewicht vorne, dann lässt sich den Kolben natürlich schlenken mit dem, ich hab einen großen Flug und da geht gar nichts Ah, du hast den ganzen großen, ja, den Wie viel Schor und sechs, oder? Ja, das ist sehr lange Was sagt denn unser Manni? 300 1000 Ja Okay Ich will grad sagen, 200 Kacke Ja, genau 200 Die Dings waren jetzt so teuer Zwei Flügel waren teuer Jaja Was? Ich hab dann einen Flug gekauft Ja, aber wenn du einen kaufst und verkaufst, machst du ein Minusgeschäft Ja Kriegst du ja nur noch die Hälfte oder so raus Der Flug ist richtig Der erste hat, ich glaub, 20.000 oder 23.000 und dem was du hast, irgendwas bei den 40 rum Äh, 28, glaub ich Nicht bei den 40 Ich meine 28 Ja, aber sind wir denn Boah, ich hab dann in irgendein Menü reingelangt Erstmal dann kann die, die noch zugucken Wo? Sind zwar auch noch mehr sechs Leute oder noch sechs Leute, wie auch immer Ja, cool, hupt mir gar nicht zurück, dass du mich nicht nett Er hupt mich zurück Du Als du gerade geredet hast Ja, aber Tone aus, weil ich sonst immer ausraste, wenn irgendein Schwasti da die Hupe drückt Also du Schwast Ja man, vielen Dank Äh, ich sag mal so Das ist so geil, er lädt ab und direkt an der Anhängerkupplung streut das, das ist ja genial Hä? Äh Ne, bei mir, das ist bug Du siehst das nicht, war bei mir auch so Ich hab das auch Ja, das ist bug So, was kann ich jetzt machen? Also ne Bodenwelle, da geht man's Schlüder vorne hoch Trotz Gewicht Ja, ist egal Du schaffst das schon Ich bin gespannt Irgendwann brauchen wir schon mal einen stärkeren Schlepper Was kann ich denn jetzt machen? Kann ich irgendwas bei 16 mal düngen oder sowas oder sowas oder sowas oder sowas oder sowas oder sowas? Ballen abfahren Wieso? Ballen abfahren? Ne, da ist ja nichts frei von Ich hasse das Aber wir hätten vielleicht noch mal so ein Gerät machen Ne, das ist nervig, ich verzichte Ach, mach ein Gerät Ball, wenn Lade geht Klar Weil so viele Ballen, bis sie dir alleine, äh Ja, was sag ich nur Ja, aber da braucht man Wir bräuchten mal wieder noch ein Spiel Ja, der geht halt von hoch, ey Ja, aber nicht, wenn er dann in der Erde stecken geht Ja, wenn er erstmal drin ist, dann ist alles okay Der Fan muss abgetankt werden Ja, Schilder und Burka